Moin moin Leute, mein Name ist Lexus und in den letzten Enlisted Streams habt ihr mich des öfteren gefragt, ob ich nicht vielleicht mal ein Tutorial darüber machen könnte. Genau das machen wir jetzt an dieser Stelle. Ich werde euch einmal den kompletten Menüaufbau zeigen, ich werde auf die Währung eingehen, auf den Premium Pass, Battle Pass, sowie auf einzelne Squads, die Verbesserung, Equipment und ich werde euch die einzelnen Squads auf den Maps zeigen, wie ihr die am besten einsetzt. Ich werde euch Tipps und Tricks noch mitgeben, wie ihr an mehr XP kommt, sodass ihr schnell und einfach eure Kampagne hochleveln könnt. Aber dazu gehen wir als erstes ins Spiel hinein, also bis gleich. Im Spiel angekommen habt ihr die Möglichkeit zwischen zwei Kampagnen zu wählen. Hierbei ist einfach nur wichtig, ihr könnt natürlich trotzdem mit beiden Kampagnen spielen, aktuell in der Open Beta, aber ihr solltet euch auf jeden Fall primär auf eins fixieren. Ihr habt in der Schlacht von Moskau einmal die Achsenmächte und einmal die alliierten Russen und ihr habt in der Invasion von Normandie die Alliierten, die Amerikaner und die Achsenmächte. Wie gesagt, wichtig ist, ihr solltet euch alle vier Fraktionen auf jeden Fall mal anschauen, aber pickt euch eine Fraktion raus, die euch am meisten gefällt und spielt diese auch primär. Warum, weshalb, wieso, dazu komme ich gleich. Als allererstes haben wir oben einfach mal die Soldatenanzeige, damit seht ihr eure ganzen Truppen. Dann habt ihr die Kampagne. In der Kampagne seht ihr, was ihr als nächstes dazu bekommt. Wie ihr sehen könnt, ich bin für meinen Teil bei den Achsenmächten auf Max-Rang, also ich habe sie schon ausgelevelt. Bei Verbesserungen habt ihr die Möglichkeit, eure einzelnen Squads zu verbessern, also zu skillen. Es gibt einmal die Truppenverbesserung, es gibt die Soldatenverbesserung, es gibt die Werkstattverbesserung. Bei der Truppverbesserung sowie bei der Soldatenverbesserung ist der wichtigste Part erstmal, dass ihr in der Mitte durchskillt. Das ist ganz wichtig, ihr sollt erstmal nur die XP-Skillpunkte mitnehmen, genauso wie bei der Truppverbesserung. Skillt einmal komplett durch die Mitte durch, skillt nur die XP-Verbesserungen, denn somit leveln eure ganzen Quads, leveln so wesentlich schneller. So kommt ihr dann auch wesentlich einfacher an die rechten und linken Slots dran, die ihr dann im Nachhinein dann halt noch nachskillen könnt. Dann haben wir Logistik. Bei der Logistik habt ihr die Möglichkeit, eben an neue Ausrüstungsgegenstände zu kommen, neue Waffen oder aber neue Soldaten. Bei der Akademie habt ihr die Möglichkeit, Soldaten einzusetzen und diese wiederum zu verbessern. Also sprich, ihr setzt beispielsweise in meinem Fall drei Soldaten auf Rang 2 ein, habt ihr innerhalb von einer Stunde, bei mir sind es jetzt noch 19 Minuten, bekommt ihr einen in Rang 3 Soldaten. Also sprich, ihr müsst das immer Step by Step erhöhen. Bei diesem Part geht aber auf jeden Fall, gehen alle drei Soldaten flöten. Ihr bekommt dadurch einen aber wieder heraus. Dann gehen wir einmal zurück wieder zu den Soldaten. Dann möchte ich auf die einzelnen Trupps mal ein bisschen eingehen. Wir haben hier zum Beispiel einen Funkertrupp. Mein Funkertrupp besteht aktuell aus zwei Funkern, zwei Pionieren und einen MG-Schützen. Ihr habt die Möglichkeit, eure Truppen einzeln, eure Truppen individuell einzusetzen bzw. auch individuell anzupassen auf euren Gameplay. In meinem Fall habe ich den Funkertrupp mit zwei Pionieren eingesetzt, weil ich, wenn ich mit dem Funkertrupp unterwegs bin, auch nebenbei viel bauen möchte, weil der Funkertrupp natürlich immer ein bisschen passiv unterwegs ist. Beim Funkertrupp habt ihr die Möglichkeit, aufgrund der Skills alle 30 Sekunden einen Artillerieschlag zu befehligen. Und habt ihr diesen Funker nur als einzelnen Soldaten in einem anderen Trupp drin, zum Beispiel in einem Grenadiertrupp, dann sind es dreieinhalb Minuten. Also sprich, diesen Skillpunkt habt ihr nur bei einem Funkertrupp. Die Pioniere, die wiederum in diesem Trupp drin sind, können zum Beispiel aber auch nur die Standardsachen bauen, weil es handelt sich ja um einen Funkertrupp und nicht um einen Pioniertrupp. Habt ihr einen reinen Pioniertrupp, und das zeige ich euch auch eben, habt ihr die Möglichkeit, hier zum Beispiel eine Artillerie sowie eine Pack aufzustellen. Diese Skillpunkte fehlen euch natürlich im Funkertrupp, also sprich, wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt diese zwei Fähigkeiten haben, dann braucht ihr definitiv auch einen regulären Pioniertrupp. Ein einzelner Pionier in einem Funkertrupp kann beispielsweise nur Standardsachen bauen, wie einen Spawnbeacon oder Munitionsbehälter, Sandsäcke oder Stacheldraht, um die Feinde eben aufzuhalten. Gut, kommen wir zu der Währung in dem Spiel. Wir haben einmal das Premiumkonto, wir haben einmal Enlistedgold und wir haben Waffenlogistikbefehle sowie Soldatenlogistikbefehle. Ich habe euch am Anfang erklärt, ihr solltet euch auf jeden Fall auf eine Fraktion konzentrieren. Das hat folgenden Hintergrund. Die Bronze-Logistikbefehle bekommt ihr relativ häufig. Dazu habt ihr hier unten die Main Battle Tasks und die Additional Battle Tasks. Die erneuern sich jeden Tag und ihr habt die Möglichkeit, dort relativ viel von diesen Logistikbefehlen euch anzuarbeiten, durch einfache Aufträge. In meinem Fall soll ich halt zum Beispiel vier Gefechte im Truppmodus abschließen oder schließe ein Gefecht ab. Erledigen sie 15 Gegner mit einer Nahkampfwaffe. Das sind alles Tasks, die ihr relativ einfach abschließen könnt. Die silbernen Logistikbefehle bekommt ihr nur relativ selten. Zum einen bekommt ihr am Anfang relativ häufig welche durch Achievements, aber die Achievements sind auch nur bis zu einer gewissen Anzahl. Wenn ihr die einfach alle mal abgeschlossen habt, so wie in meinem Fall, dann kriegt ihr dadurch erstmal keine mehr. Zum zweiten bekommt ihr aber auch Logistikbefehle durch den Battle Pass. Der Battle Pass ist hier unten. Ich bin momentan auf Stufe kurz vor 27. Und es geht insgesamt bis Stufe 60. Aber irgendwann hört dieses auch auf. Das heißt, ich bekomme dann erstmal keine silbernen Logistikbefehle mehr dazu. Wenn ihr aber jetzt hingeht und ihr sagt, hey, ihr seid Allrounder und levelt alle vier Fraktionen gleichzeitig, gebt für alle vier Fraktionen gleichzeitig diese silbernen Logistikbefehle aus, dann seid ihr sehr schnell an dem Punkt, wo ihr eben keine mehr von diesen habt und auch nicht mehr weiterkommt vom Leveln her der einzelnen Trupps. Oder beziehungsweise zum Verbessern der einzelnen Trupps. Deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall auf einen konzentrieren. Die Bronze-Dinger, die könnt ihr überall einsetzen. Die könnt ihr permanent einsetzen, weil da habt ihr die Möglichkeit, den ganzen Tag, jeden Tag, aufs Neue wieder Neue zu erfarmen. Aber bei den silbernen und bei den goldenen seid ihr halt begrenzt. Was das Premium-Konto betrifft, beim Premium-Konto habt ihr die Möglichkeit, mehr XP zu bekommen. Einmal auf die Trupperfahrung, Armee-Erfahrung, Soldaten-Erfahrung. Ihr bekommt einen maximalen Trupp von Infanterie-Trupps im Gefecht dazu. Ihr bekommt einen Trupp Fahrzeug-Trupp im Gefecht dazu. Eure Ausbildung in der Akademie ist schneller. So wie euer Soldaten-Limit in der Reserve. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann euch nur empfehlen, einmalig 30 Tage zu aktivieren. Das schadet nicht, denn in der Zeit schafft ihr es auf jeden Fall, eine Fraktion, so wie in meinem Fall, auf Max-Level 26 zu hauen. Und ihr schafft wahrscheinlich sogar noch eine zweite Fraktion ansatzweise an diesem Punkt hochzulevelen, selbst als normaler Spieler. Dann haben wir noch was beim Battle Pass und das ist ganz wichtig, dass ich das euch mit auf den Weg gebe. Ihr habt die Möglichkeit hier 1000 Enlisted Gold zu erfarmen. In dem Fall hier unten bis zum Schluss. Und wenn ihr den Battle Pass bis Level 60 abschließt, und das kann ich euch nur empfehlen, habt ihr die Möglichkeit eben 1000 Enlisted Gold zu erfahren. Wenn ihr das getan habt, nach 55 Tagen ist natürlich dieser Battle Pass fertig. Dann wollt ihr natürlich den nächsten Battle Pass haben. So und diesen Battle Pass könnt ihr mit diesen 1000 Enlisted Gold direkt wieder aktivieren. Das heißt, wenn ihr jedes Mal den Battle Pass abschließt, könnt ihr auch jedes Mal wieder diesen Battle Pass neu durch das Enlisted Gold, was ihr euch erfarmt habt, wieder aktivieren. Macht auf jeden Fall Sinn. Premium Konto, wie gesagt, einmal aktivieren, würde ich als Empfehlung rausgeben, damit ihr eine Fraktion mindestens auf Level 26 bekommt. Diesen müsst ihr aber nicht unbedingt jedes Mal wieder neu aktivieren. Den Battle Pass aber auf jeden Fall. Warum nicht? Ihr habt die Möglichkeit eure Soldaten bzw. Fahrzeugslots noch zu erhöhen. In meinem Fall habe ich das schon einmal gemacht bei der deutschen Fraktion. Und zwar habe ich die Möglichkeit eben 7 Trupps mit ins Gefecht zu nehmen. Beim ersten Mal hat es 450 Enlisted Gold gekostet, meine ich. Meine ich. Und jetzt müsste ich halt 990 für den nächsten Slot kaufen. Wichtig hierbei ist, der zählt jetzt für die Alliierten und er zählt für die Achsenmächte auf dieser Kampagne. Das zählt aber nicht für die Moskauer Kampagne. Bei der Moskauer Kampagne müsste ich es nochmal bezahlen. Ach 490 sind es. Also nicht 450, 490 Enlisted Gold. Als nächstes möchte ich einmal auf die Perks eingehen und die Verbesserungen, die ihr an den einzelnen Soldaten vornehmen könnt. Nehmen wir jetzt einfach mal hier mein Festungsinfanterie-Regiment. Noch nicht so weit gelevelt. Das ist quasi der letzte Squad, den man sich in der Kampagne freispielen kann. Und da habe ich einfach einen MG-Trupp drin, einen MG-Schütze mit dem MG42. Und ich habe hier 3 Infanteristen drin. Die Infanteristen habe ich jetzt nachträglich noch dazu gerüstet. Aber wie ihr seht, ich kann hier zum Beispiel immer wieder noch meine Einheiten ein bisschen verbessern. Das werde ich jetzt auch tun. In dem Fall switche ich mal eben die Waffe. Dann wird mir das nämlich nicht mehr angezeigt in grün. Aber wo drauf ich hinaus möchte, sind die Perks. Perks sind Verbesserungen an den einzelnen Soldaten. Umso höher euer Soldatenrang ist, also in dem Fall hier Rang 3 und maximal Rang 5, bekommt ihr mehr Perk-Punkte. Maximal Rang wäre Stufe 5, 20 Speed, 17 Herz-Punkte und 17 Stärke-Punkte. In dem Fall seht ihr, insgesamt hat der Soldat hier allein schon 6 verschiedene Perks. Und diese könnt ihr nach und nach halt leveln. In meinem MG-Squad habe ich halt jetzt maximal 3 aktuell. Der Soldat hat maximal 2. Der auch nur 3. Und der hier nur 2. Und eingesetzt habe ich dort halt natürlich noch nicht so viele Punkte. Also da ist definitiv noch mehr drin. Nichtsdestotrotz, sie müssen die Soldaten halt leveln, damit das passiert. Also hier in dem Fall Forschung benötigt, um mehr als 2 Perks zu erlernen. Erfahrungen bis zum nächsten Level von 970 bis 1600. Soldaten sammeln Erfahrungen, indem sie an Gefechten teilnehmen und Gegner ausschalten. Also umso öfters ihr die Soldaten einsetzt und mit denen halt auch Kills macht, umso schneller kriegt ihr XP zusammen und könnt dann wiederum die Perks eben hochleveln. Diese euch dann natürlich auch entscheidende Vorteile bringen. Hier zum Beispiel 10,5% schnellere Verringerung der Schussstreuung nach schnellem Umsehen mit der Feuerwaffe. Oder 100% longer breath holding while aiming. Welcher Perk auf jeden Fall richtig nice ist und auch nice to have ist die 75% faster Medipack Usage. Und das bringt euch auf jeden Fall einen entscheidenden Heimvorteil. Als nächstes will ich noch auf die Ausrüstung eingehen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit die Ausrüstung anzupassen. Wie ihr bei dem Soldaten hier seht, der ist gerade mal Level 2. Hat aber schon einen großen Rucksack, hat ein Sprengpaket dabei, hat eine Antipersonenmine dabei und 4 Erste-Hilfe-Pakete aufgrund des großen Rucksacks. Und das könnt ihr natürlich bei jedem Soldaten immer wieder anpassen. Natürlich müsst ihr auch die Verbesserungen dafür freischalten. Also in dem Trupp jetzt beispielsweise sind bei der Werkstattverbesserung noch gar nichts freigeschalten. Genauso wie auch bei dem roten Slot ist noch nichts freigeschalten. Also Backpack-Slot ist auch noch nicht vorhanden. Und er hat lediglich mal gerade einen Punkt in XP drin. Umso besser oder umso schneller ihr natürlich hochlevelt, könnt ihr die ganzen Nebeneffekte mitskillen. Diese Soldaten dann auch dementsprechend ausrüsten und besser ausrüsten. Oder aber beispielsweise auch 3 MG-Schützen mitnehmen mit einem MG42 als halt nur Infanteristen mit K98 beispielsweise. Und die MGs sind ziemlich stark. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall noch Premium-Squads erkaufen. Wie in meinem Fall, ich habe hier einmal das Grenadier-Regiment 557. Das ist ein MG-Squad mit der Browning 1928. Und jeder einzelne Soldat in diesem Squad ist halt damit ausgerüstet. Genauso wie, dass er einen großen Rucksack dabei hat. Ein Sprengpaket, vier Erste-Hilfe-Pakete. Und die Perks sind schon ziemlich weit oben. Also sie haben halt in dem Fall jetzt schon 5 Perks. Es ist auch noch ein 6. bzw. 7. Perk möglich. Wenn ich die Soldaten noch auf Rang 5 hochlevel. Aktuell sind sie halt erst Level 4. Aber sie sind von Haus aus schon mal sehr gut. Denn sie bringen auch nochmal plus 100% EP mit. Einen entscheidenden Vorteil. Wenn ihr Premium-Konto habt und sowieso schon plus 100% mehr XP bekommt. Und nochmal mit euren Premium-Squads viele Kills macht. Dann kriegt ihr sogar 200% mehr. Und das Ganze wird auch nochmal multipliziert. Wenn ihr zum Beispiel Held in der Schlacht werdet. Dann kriegt ihr unheimlich viel XP dazu. Also ich sag mal im Durchschnitt bei 80, 90 bis 100 Kills. Geht ihr mindestens so mit 15.000 bis 20.000 XP aus der Map heraus. Habt ihr diese ganzen Sachen halt nicht. Geht ihr eher mit 5.000 XP oder 6.000 XP heraus. Also es hat schon einen großen Vorteil auf jeden Fall. Ist kein Pay-to-Win. Aber ihr werdet einfach schneller sein was das Leveln betrifft. Und deswegen auch. Ich kann es nur empfehlen zumindest mal für einen Monat freizuschalten. Ja zu guter Letzt möchte ich euch noch zeigen wie ich meine Squads aufgebaut habe. Einmal habe ich einen Premium-Squad drin mit der Browning 1928. Ich habe auch noch einen zweiten Premium-Squad. Aber den benutze ich aktuell nicht. Weil ich halt meine anderen Squads leveln möchte. Da habe ich hier halt jetzt noch einen Squad mit dem MG42. Was sehr sehr stark ist. Und auf jeden Fall empfehlenswert ist. Habe sogar noch ein paar rumfliegen. Ich muss jetzt nur eben dieses Squad einfach leveln. Damit ich da mehr MG-Leute mit rein bekomme. Hier habe ich ein Grenadier-Regiment. Mit sechs Insgesamt-Slots. Wo ich eben drei Sturmsoldaten mit drin habe. Einen Funker, einen Pionier und einen Infanterist. Um einfach ein bisschen individuell auf der Karte fungieren zu können. Indem ich halt auch mal einen Atelier-Schlag mache. Indem ich einen Spawn-Beacon baue mit dem Pionier. Und dann aber wiederum in den Nahkampf gehe und mit den Sturmgewehren halt versuche halt die Gegner zu eliminieren. Dann habe ich einen Mörser-Trupp. Diesen Mörser-Trupp level ich aktuell. Den setze ich dann eben am Ende der Karte ein. Und versuche dann Ziele von der Range aus auszuschalten. Dann habe ich einen Funker-Trupp mit jeweils zwei Pionieren. Und auch nochmal einen MG. Zu guter Letzt habe ich einmal einen Bomber. Ähm, die Ju-188A2, die ich nur empfehlen kann. Und einmal mein STK-FZ-234, was sehr schnell unterwegs ist. Und meiner Meinung nach auch sehr stark aufgrund der Geschwindigkeit, der Mobilität. Gut, als nächstes werde ich euch die Trupps mal ein bisschen in Action zeigen. Wie ihr da eben fungieren könnt. Ich werde euch den Pionier auf jeden Fall mal zeigen. Und das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall an. So, als erstes werde ich euch auf jeden Fall mal den, ähm, Funker-Trupp bei mir zeigen. Zum einen mit der 7. Habt ihr die Möglichkeit eben Artillerie-Schläge hervorzurufen. Oder zu befähigen. Das haben wir jetzt mal gemacht auf der linken Seite. Die Feinde werden hier nämlich auf der D-Day-Karte versuchen. Rechts, links, außen entlang zu, ähm, pushen. Um dann wiederum aber die, im mittleren Bunker einzunehmen. Ich muss hier mal kurz ein paar Feinde ausschalten. Ah, mein ganzer Trupp wurde schon ausgeschalten. Ja, super. So, ich muss jetzt hier mal hier mit dem Pionier mal versuchen weiter vorzukommen. Beziehungsweise hier dem Feindfeuer zu entgehen. Weil, dann werden wir hier vorne nämlich direkt ein Spawn-Beacon bauen. Wenn ihr runter scrollt mit eurer Taste, mit eurer Maus, habt ihr die Möglichkeit den Hammer auszuwählen. Rechtsklick. Und hier haben wir einmal den Spawn-Beacon. Wenn ihr den Spawn-Beacon baut, haben die Verbündeten die Möglichkeit hier eben zu spawnen. Nicht nur weiter hinten, sondern schon weiter vorne. Und das bringt euch natürlich auf der Map den entscheidenden Heimvorteil. Solltet ihr also immer wieder bauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Meiner Meinung nach gibt es zwei entscheidende Punkte am Anfang, am Anfang der Schlacht. Entweder ihr springt in einen Bomber und versucht direkt am Anfang den Vorstoß der Feinde zu dezimieren. Oder aber ihr wechselt direkt in einen Pioniertrupp, beziehungsweise in Pioniersoldaten. Und sorgt dafür, dass Spawn-Beacons in die Nähe gebaut werden. Mist. So, Spawn-Beacon ist aber gebaut. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier eben zu spawnen. Das machen wir jetzt auch direkt. Und dann schalten wir die Leute, die nämlich hier links pushen wollen, direkt aus. Und das war das Ziel. Jetzt haben wir uns entscheidend viel Weg gespart. Und sind natürlich viel schneller im Geschehen drinne. So, irgendwie sind hier keine Feinde mehr. Jetzt gucken wir mal hier über das MG. Was macht man denn noch? Ich habe noch mehrt. Und ich habe es nur noch Zeit밤. Genau, ich habe das Ding. Aber ich habe es trotzdem noch nicht gehalten. Da war es doch sehr gut. Wie lange ist es dann in den Augenhöchland zu sein. Das ist ja ganz gut. Ich habe das Ding. hat mir jemand das mg weggeschossen ist natürlich sehr blöd aber das ist auf jeden fall einer der wichtigen punkte hier auf der karte wenn ihr alliierten spielt kann ich euch nur empfehlen versucht so viele so viele mgs und den deutschen wegzuschießen wie nur möglich macht ihr die ganzen mgs nicht weg und die deutschen hier auf der karte auf jeden fall ein heimvorteil und ihr habt es wesentlich schwieriger halt eben vorzustoßen aber dafür habe ich hier einen mg trupp sich trotzdem noch in dem mg habe so als nächstes möchte ich noch mal eben auf dem punkt auf dem bomber eingehen oder beziehungsweise generell auf flugzeuge wenn ihr im sturz flugzeit versucht oben links auf 55 th zu liegen mit denen ich ganz so viel geschwindigkeit aufnimmt wenn ihr dann eure raketen oder bomben los lasst lasst sie los und wechselt direkt wieder nach oben wenn du raus maus hat nach vorne könnte direkt speed wieder aufnehmen solltet ihr schwierigkeiten haben beim aufsteigen dann drückt dabei es macht ihr nämlich die schnauze hoch und runter mit w und s jeweils wenn ihr um die kurve fliegen wollt einfach nur mit der maus dorthin lenken damit dreht ihr zur seite ihr habt aber auch die möglichkeit ein bisschen mit a und d noch nachzuhelfen damit die flügel nach rechts und links schwenken schwenken in meinem fall braucht es jetzt hier aber auch nicht ihr könnt mit 1 und 2 eure flaps noch ändern also noch mal ein bisschen nachhelfen auf combat beziehungsweise take off und landing in meinem fall nehme ich jetzt combat und fliege halt erstmal zum munitionspunkt ja beim munitionspunkt dort hinten bekommt ihr neue bomben in meinem fall wenn ihr jetzt in einem bomber unterwegs jetzt ein anderes flugzeug habt mit mgs beziehungsweise raketen dran bekommt ihr diese dort halt eben auch so jetzt lenken wir erstmal wieder zum geschehen zurück ihr merkt ich verliere jetzt sehr schnell an höhe wenn ihr an höhe verliert einfach ein bisschen mit s nach nachjustieren oder die nase eben hoch zieht und dann eben bleibt ja auch oben ich werde jetzt eben schauen dass ich ein bisschen seitlich in die in den strand rein fliege um eventuell doch ein paar mehr soldaten zu erwischen wir haben immer noch gut höhe das passt eigentlich ich gehe runter vom speed und hau die ersten bomben raus und zieht direkt wieder hoch leider haben wir nur einen soldaten getroffen schade waren nirgendwo pings zu sehen und das ist direkt schon wieder der nächste tipp den ich euch geben kann sobald ihr irgendwelche soldaten seht sobald ihr irgendwelche panzer seht geht hin und pinkt pinkt diese gegnerischen soldaten an so dass die luftunterstützung mit arbeiten kann genauso wie artillerie oder aber mörser oder aber andere befreundete panzer ohne diese pings sind die meistens komplett aufgeschmissen wie ich jetzt in meinem fall ich habe nichts sehen können die soldaten sind so klein das sieht man aus dem flugzeug heraus nicht und das ist super wichtig so standard gemäß ist euer ping auf der v-taste sobald ihr irgendwelche feindlichen gegner seht wie gesagt einfach v-taste spammen oder aber macht es ganz clever ihr habt die möglichkeit diesen ping auch gleichzeitig auf euer auf eure maus zu legen genau da wo ihr auch abfeuert wie ihr das jetzt bei mir seht ich habe hier direkt drei pings vor mir gemacht automatisch nur weil ich geschossen habe und das könnt ihr natürlich auch machen das beim zwar ein bisschen den bereich zu mit pings ist aber nicht schlimm um lieber ein paar mehr pings als gar keine pings das ist super wichtig wo weiß jetzt direkt da gibt es zum beispiel die action die luftunterstützung weiß direkt da ist irgendwas könnte ich ja mal was hinschmeißen vielleicht ist mein verbündeter ja vielleicht schafft das nicht gegen die anzukommen und dann schmeiße ich da lieber mal eine bombe hin und dann ist das einfach alles weg hier jetzt auch in dem fall direkt ein ping gemacht da habe ich auch ein ping gemacht und jetzt sterbe ich ich habe jetzt einfach den nachteil dass ich natürlich direkt mit dem spawnen drin bin jetzt lasst mich bitte durch so zurück im menü sind wir auch schon fertig mit dem einsteiger video solltet ihr noch weitere fragen haben oder aber wünsche für zukünftige videos dann haut mir das doch bitte unten in die kommentare oder aber schaut einfach mal bei mir im live stream vorbei lexus 1087 ich würde mich freuen ansonsten abonnieren glocke aktivieren verpasst nicht die nächsten videos und in dem sinne haut rein